Jetzt freue ich mich drauf. Klasse. Er hat seine Brücke bald fertiggestellt. Wir müssen unsere Verteidigung für den nächsten Angriff schnell aufbauen. Ja, komm. Ich rieche Blut. Das haben wir jetzt schon. Der soll mal angreifen. Würde ich mich drüber freuen und ihr euch bestimmt auch? Kriegsexte. Alle nach unten. Wir marschieren. Und mehr. Ich bin bereit zur Schlacht. Also da die Berserker hier nur Gold kosten, finde ich die so genial. Die fetzen so dermaßen. Ich habe gerade eine Idee. Die fetzen so dermaßen. Nein, wir können die mit diesen Booten nicht bauen. Och, ich wollte gerade. Kennt ihr diese Bötchenkrieger? Die wollte ich hier gerade rüberschicken und ihn schon mal begrüßen. Och, schade. Das wäre doch cool gewesen. Haben sie aber jetzt hier extra rausgenommen. Mist. Ich glaube, das wäre ja wirklich lustig. Probieren wir was anderes. Und dann würde ich gerne von denen her... Euer Gnaden? Kommt mal her. Bewegen uns. Dann können wir die Truppen hier vorne auch noch abziehen. Männer an die Waffen. Wieder marschieren wir. Kommt auch dahin. Sire, befehle ich uns. Haben wir hier noch irgendwo welche stehen? Nö. Hier vorne? Auch nicht. Ja, wir bauen jetzt hier erstmal nichts hin. Also, ich denke mal... Das wird jetzt hier nicht der Überangriff werden. Also, das würde mich jetzt wirklich wundern. Bau das... Weiter. Reiß dich mal zusammen. Wir wollen rüberkommen. Los. Fertig werden. Ach, das dauert zu lange. Ich kenne keine Furcht. Können die nicht springen? Können sie auch nicht. Wir sind einsatzbereit. Wir schicken ihnen mal ein paar Begrüßungspfeile. Rechen auf! Also, die Berserker, die finde ich... Eure Beliebtheit singt. Die finde ich so cool. Muss ich echt nochmal sagen. So, können wir noch einen Turm hier bauen. Und da auch. Ops. Ops. So und so. So, und dann schießt mal... Achso. Kommen sie gar nicht. Kommt ihr so weit? Ja, schießt auf den... Bleibt mal stehen. Und schießt direkt mal rauf. Haben wir den auch entfernt? Ja, gut. Na? Wie soll ich nochmal schießen? Genau. Okay. Ich hoffe, der kriegt jetzt hier nicht eine Riesenverstärkung. Das würde ich ja blöd finden. Die Beliebtheit steigt. Wie können wir dienen? Baumeister zu diensten. Braucht ihr etwas? So. Nochmal auf den schießen. Wie lautet der Plan? Oder kommt ihr sogar nach da oben? Wobei, der Turm ist sowieso gleich platt. Wo schießt du denn hier immer hin? Hallo? Kumpel? Nach da oben, bitte. Also, nicht nach da oben. Hier auf den Turm. Unsere Werkzeuge sind bereit. Genau nach Plan. Sind sie tot? Ja. Der eine lebt noch. Stehen zur Verfügung. Oh, jetzt können wir auf den gar nicht schießen. Gebt uns etwas zu tun. Doch, können wir. Euer Gnaden? Aber die beiden irgendwie nicht. Gehen los! Wir sind einsatzbereit. Sind wahrscheinlich zu weit weg. Ne. Hä? Was ist das denn jetzt? Miload? Wie können wir dienen? Wieso können wir denn jetzt nicht mehr... Ah! Im richtigen Moment haben wir hier hingeguckt. Ah, los. Kommt. Begrüßung. Achso, ihr solltet vielleicht nochmal nach da oben gehen, ne? Auf euren Befehl. Und ihr auch. Bogenschützen in Bewegung. Tempo, Tempo, Tempo. Wir wollen hier Action. Wir wollen hier Spaß. Schießt da rein. Wieso können wir... Hallo, wieso könnt ihr nicht schießen? Wieso können wir die hier drauf nicht abschießen? Das ist ja jetzt mal unfair. Aufbekannt. Braucht ihr etwas? Wie lautet der Plan? Unsere Werkzeuge sind bereit. Dreht euch um. Umdrehen. Stehen zur Verfügung. Reinschießen. Feuer. Feuer frei. Feuer frei. Schieß. Gebt uns etwas zu tun. Oh, ich... Berserker sind cool. Balliste sind nicht so gut. Also die sind irgendwie blöd. Das klappt mit denen nicht wirklich. Ihr geht dahin. Ihr bleibt hier vorne. Und ihr auch. Und dann sollen die jetzt hier mal ankommen, bitteschön. Ah, pass mal auf. Wir holen hier noch mehr. Wir holen noch mehr. Achso, nicht... Nee, zurück. Ihr beide könnt wieder zurück in euren Stall. Ach, komm. Nehmen wir euch mit. Wir sind heute mal nicht so. So, kommt alle her. Oh, ihr trefft aber wenig da oben. Macht die mal alle platt. Rauf da. Schießen. Schießen. Gut. Raufknallen. Gut. Mehr Leute. Endlich geht sie mal richtig zur Sache. Wir sind tapfer. Och, da haben wir noch so viele. Na, mehr habt ihr nicht zu bieten? Falke, du. Wir stürmen da gleich durch hier. Pass mal auf. Wir haben doch hier solche schönen Diebe. Ach nee, Diebe sind ja... Oder sind das Diebe? Doch, Diebe geht ja auch, glaube ich. Er hält sich wohl zurück, Sire. Vielleicht nahen noch mehr von ihren Truppen. Was? Ne, 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 äh... Nein. Plan B. Angriff. Würden wir das schaffen, den zu vernichten? Unsere Pferde sind bereit. Wollen wir das mal probieren, jetzt einfach mal durchzuziehen? Können wir da rüber? Wir könnten rüber. Aber wäre vielleicht auch blöd, dann verpassen wir hier was vom Let's Play. Nicht, dass jetzt hier noch irgendwie ein ganz wichtiger Teil kommt, den wir dann nicht mitkriegen würden. Wenn wir den jetzt schon ausschalten. Rekruten benötigt, Sire. Zum Sieg! Wir warten einfach mal ab, wer jetzt hier noch als Verstärkung kommen soll. Den Falken, den können wir früh genug erledigen. Und in der Zeit... Schießen wir einfach nochmal auf seine Truppen hier. Ah, passt mal auf, wir machen was anderes. Machen wir was anderes hier mit Katapulten. Das Vorratslager ist voll, Milo. Ja, ist gut. So, Katapult. Oh, die freien Bauern, die sind aber auch langsam. Das muss man einfach sagen. Bis die da endlich mal ankommen. Einer. Na. Na, wo bleibt der zweite? Oh, das ist... Wow, das ist schon extrem. Oh, mächtiger Sultan. Kommt mal her. Zieh ihn los. Zieh ihn los. Schießen, schießen. Immer schön schießen. Genau. Nicht unbedingt alle auf denselben. Ach, nein. Na, wo bleibt deine Verstärkung, hä? Falke? Was hast du noch zu bieten? Ach, freie Bauern brauchen... Oh, was ist mit der Beliebtheit los? Man ist euch zugetan, mein Herr. Ratten? Die könnten uns jetzt alles... Ah, passt mal auf, hier... Keine Veränderung in der Schatzkammer, Milo. Yeah, wir brauchen nicht so viele Steuern. Wir haben so viel Kohle. Oder noch die ganzen Brötchen. Die Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Bewegen uns! Feuer frei. Die schießen immer alle auf denselben. Ah. Da. Bringt eure Mannen in Position, MacLeod. Ich habe lange genug gewartet. Noch nie sah ich eine solche Armee. Dies wird der härteste Kampf unseres Lebens, Matthew. Hä? Hast du dir mal unsere Armee angeschaut? Die ist, glaube ich, ein bisschen heftiger. Oder täuscht das jetzt? Ne, jetzt greift man vielleicht noch nicht an, oder? Was ist euer Begehr? Nicht, dass die jetzt da durchstürmen. Ach, die machen das nicht. Brechen auf! Das schaffen die gar nicht. Baumeisterabteilung zieht los! Feuer frei! Feuer! Oh, jetzt sind ja schon alle tot. Hey, noch nicht sterben! Feuer frei! Wenn er an die Waffen! Euer Gnaden! Ja! Ja! Ha, 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 ha! Du hast hier keine Chance. Du hast hier keine Chance. Genau nach Plan! Deine Leute lernen hier fliegen. Und unsere Leute werden siegen. Ihr werdet mich wiedersehen. Niemand kann den McLean besiegen. Wir sind ein... Das war's? Bereits! Hä, das war ja weniger als gar nichts. Ach, was sind das denn hier unten für edle Ritter? Wer seid ihr? Kennen wir euch. Sire! Im Süden! Ich fürchte, jede Hoffnung ist verloren. Wie, was? Wie ihr eins selbst sagtet. Es bedarf mehr als Truppen, um einen Krieg zu gewinnen. Zu den Waffen! Was ist das denn hier? Ach, Klee! Greift sofort an! Das wäre euch geniht. Nein! Greift ihr zuerst an! Ich unterstütze euch von hinten! Was? Was ist jetzt los? Was sind das da unten für komische Ritter gewesen, die jetzt... ...da stehen? Hä? Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Wieso helfen die uns jetzt nicht weiter? Wieso ziehen unsere Truppen jetzt hier nach vorne? Befehl über uns! Verstärkung! Rekruten benötigt, Sire. Sie werden blutig! Wie können wir die, ne? Macht mal das Lager hier platt. Das ist ja nervig mit den... ...Dingern hier wieder... Also ich würde mal sagen, also... ...weniger Chancen kann man gar nicht haben, ne? Die haben uns ja nicht einmal gefährdet! Das Vorratslager ist voll, mein Gott. Ach, schon wieder? Jetzt brauchen wir auch gar keine Steine mehr.